Eine Kamera setzt sich aus vielen technischen Komponenten zusammen. Heute wollen wir uns ein wichtiges Teil näher anschauen. Das Objektiv. Objektive gibt es in den verschiedensten Variationen. Einige sind klein und kompakt, andere wiederum größer und schwerer. Dabei gibt es neben der Größe noch weitere Merkmale zur Unterscheidung von Objektiven. Doch welche sind das? In einem Objektiv ist ein komplexes System aus Linsen verbaut, die das Licht entweder brechen oder sammeln. So wird es noch gezielter auf den Sensor gerichtet und mögliche Abbildungsfehler verhindert. Die Brennweite definiert den Abstand zwischen der schärfeführenden Linse und dem Brennpunkt, also der Punkt, an dem das Licht sich kreuzt. Sie wird in Millimeter angegeben und stellt ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal von Objektiven dar. Neben Objektiven mit einer festen Brennweite gibt es auch Objektive, bei denen die Brennweite verstellbar ist. Mit diesen Objektiven ist es möglich, im Bildausschnitt zu zoomen. Die Brennweite eines Objektives gibt also den Bildausschnitt an. Das heißt, welchen Bildwinkel die Kamera aufnimmt und wie nah sie ein Objekt zeigt. Grundsätzlich wird in den Weitwinkelbereich, Normalbereich und Telebereich unterschieden. Ein Weitwinkelobjektiv nimmt einen großen Bildwinkel auf und zeigt viel der Umgebung. Ein Normalobjektiv nimmt in etwa den Bildwinkel auf, den auch unser Auge aufnimmt und wird deshalb als realitätsnah bezeichnet. Ein Teleobjektiv nimmt einen sehr kleinen Bildwinkel auf, sodass ein Objekt von der Umgebung hervorgehoben und detaillierter gezeigt werden kann. Die Millimeterangaben der Brennweiten, um den jeweiligen Bildwinkel zu erreichen, können von Kamera zu Kamera variieren, da die Größe des Bildsensors ebenfalls eine Rolle spielt. Welche Brennweite ein Objektiv hat, kann man anhand der ersten Zahl auf der Oberseite des Objektives erkennen. Steht dort eine Zahl, handelt es sich um eine Festbrennweite. Ist ein Bereich angegeben, handelt es sich um ein Objektiv mit verstellbarer Brennweite. Neben der Brennweite befindet sich noch eine weitere Zahl auf der Oberseite des Objektives. Diese Zahl gibt die Lichtstärke des Objektives an. Um die Lichtstärke zu verstehen, müssen wir uns zunächst die Blende der Kameranähe anschauen. Die Blende dient der Regulierung des Lichteinfalls in der Kamera. Ist sie geschlossen, dringt weniger Licht auf den Sensor. Das Bild ist also dunkler. Ist sie geöffnet, dringt mehr Licht auf den Sensor und das Bild wird heller. Die Lichtstärke gibt an, wie weit die Blende bei der vorhandenen Brennweite geöffnet werden kann. Ist die Zahl niedrig, beispielsweise 1 zu 1,8, ist das Objektiv lichtstark und schafft auch bei geringer Umgebungshelligkeit gut belichtete Bilder. Desto höher die Zahl, desto mehr Umgebungslicht benötigt das Objektiv, damit genug Licht auf den Sensor gelangt. Nicht nur die richtige Wahl der Kamera spielt also beim Aufnehmen von Bildern und Videos eine Rolle, sondern auch das Objektiv. Denn ohne Objektiv wäre es kaum möglich, gute Bilder zu erzielen.